Ich hoffe ernsthaft, da ich dort wirklich nie wieder hin muss. Nie wieder in dem Rest meiner gesamten Existenz als Mensch und Spieler. Naja, unser schöner Programmierer weiß, welchen Dungeon er am meisten mag. Ich weiß schon jetzt, welchen Dungeon ich am meisten hasse. Raten dürft ihr selbst. Mormatalia und Alva haben genau die gleiche HP-Menge, aber ein und Lille-Unterschied? Krass. Na gut, MP passt nicht. Wo habe ich jetzt das Schiff nochmal angelegt? Das war doch oben am Dorf. Bitte macht das am Dorf. Bitte, bitte. Danke, danke, danke. Also auf nach Duria. Duria, Duria, Nordwesten, Nordwesten, Duria, Nordwesten. Ich werde es mit Sicherheit nicht finden. Besonders, weil ich jetzt mal die komplette Weltkarte gesehen habe. Ernsthaft? Ernsthaft. Das sieht aus, als wäre da ein riesiger Strich drin, der die linke von der rechten Seite trennt. Wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Das ist dann zum größten Teil mehr wie eine typische So geht der Weg jetzt lang, Karte statt eine Weltkarte, die frei ist. Na gut, geben das Seine. Es sah aber lustig aus, als ich die Weltkarte das erste Mal so gesehen habe. Hm. Nordwesten. Nordwesten. Nicht Nordwesten. Da ist ja der Tempel. Ich hoffe nur, jetzt finde ich den richtigen Weg. Weil auf der Weltkarte, die ich gesehen habe, kein einziges Dorf, wenn ein Mann benannt war. Demnach könnte ich die auch nicht nur zum Ausfitten, wo Duria liegt. Falls ich die Stadt jetzt überhaupt noch richtig ausspreche. Duria, Duria. Ich will nach Duria. Falsche Insel. Zwischendrin kann ich ja eine Donutinsel besuchen. Frühstück. Schokolade. Donutinsel. Genau von dieser Artinsel habe ich gesprochen. Und da hinten ist noch eine. Auf diesen Inseln kann man ziemlich gut KP... Nee, in Geldgold fahren. Den Tipp habe ich auch von ihm. Und alle Tipps kommen von Kommentaren unter den Videos. Daher... Die kann jeder nachlesen. Jetzt habe ich mich verschwommen. Weil ich jetzt nicht mehr weiß, wo ich bin. Immer nach Nordwesten, so gut es ging. Und jetzt habe ich mich verschwommen. Und hier muss ich eindeutig nicht hin. Merke nur daran, dass die... Gegner nichts aushalten. Kaputte Stadt Nordwesten. 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 Jetzt... ... bin ich orientierungslos. Halt. Stadt. Aus dem Weg gibt es Fische. Fischi, fischi, fischi. Na gut, die halten mittlerweile auch nichts mehr aus. Also, was bist du für eine Stadt? Ja, das ist Durie. Oder doch nicht? Willkommen in... Ah! Ich habe Duria gefunden. Gippie! Also, Leute. Falsch. Alva? Nee. Wie hieß der nochmal? Hier unser... Ich dachte schon, das sei jetzt zu älter als dem ersten. Das war Teil der... ...blauhaarige. Also, Kirche, nein, danke. Shop, ja. Ja, danke. Gold habe ich ein bisschen. Magie? Okay. Halt. Champion. Halt bei... Mega Beben. Brauche ich nicht? Brauche ich nicht. Halt. Er zieht. Brauche ich. Brauche ich nicht? Brauche ich. Göttlich. Brauche ich mindestens. Mega. Er zieht. Feindlich. MP. Wenn Magie noch nicht so arschteuer wäre. Das werde ich allerdings noch nicht verwenden. Einfach nur weil ich noch nicht weiß. Äh. Wollen wir mal bei wem werde ich das Verteidigungs-Verteidigungs-Teil am besten brauchen. Halber. Einfach weil ich noch nicht weiß, wer am Ende am meisten MP verbraucht und eventuell brauchen könnte. Wir führen bekannte Affen aus dem Herz. Hedriot. Er. Ero. 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 Nur geile und bessere Ausrüstung und ich kann sie mir nicht leisten. GZ. Äh. Lebensdrank brauche ich erst mal nicht. Nein. Habe ich nicht dabei. Her damit. Schrei. Nein. 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 Ich kann ja blind gar nicht heilen. Hm. Tja. Verkaufen. Ich weiß gar nicht, ob ich die Grill-Exte jemals in meinem Leben nutzen werde. Kleine Axt brauche ich nicht mehr. Kampfmesser kann ich einmal verkaufen. Zweimal verkaufen. Brauche ich nicht. Feuerdurch. Brauche ich nicht. Den brauche ich auch nicht. Eisenschwert. Brauche ich nicht. Hexenstock. Nein. Schnellschussbogen. Nein. Multiklinge. Nett, aber nein. Drachenrüstung. Ja. Ja. Stahlschild. Nein. Garnas. Reif. Nein. Mordatsmütze. Nein. Auch wenn es falsch ausgesprochen war. Ich habe noch eine Rüstung. Ja. Batsch. Eine richtig fette. Wo habe ich denn die Drachenrüstung her? Naja, auf jeden Fall können wir uns jetzt wieder was leisten. Schwertrüstung. Also, Schwertrüstung. Schwertrüstung. Anzug. Schild. Silberband. Brauche ich auf jeden Fall nicht. Aeronheld. Aerovut. Aeron. Ich höre immer nur Aeron seit Neusten. Mir hat es gar keine Waffen für sie. Waffen werden überbewertet. Und. Alles für die Kleiner. Also. Aeronrüstung. Hm. Jetzt schnappe ich mir den hier erstmal. Sie kriegt das Armband und den Anzug. Obwohl, Garnasgrube wäre auch nicht unbedingt so schlecht gewesen. So, jetzt mal wieder verkaufen, was ich so schönes dabei habe. Wunderklaid lernt Superkraft. Brauche ich jetzt auch nicht mehr. Garnasgrube. Brauche ich jetzt auch nicht mehr. Ah. Der Aeronhut. Wird ein Schild für die anderen? Schild. Wir haben hier noch jemanden mit nicht so extrem hohen. Aber ich glaube, hier gibt es gute Rüstung. Eventuell die beste Kaufware. Auf jeden Fall. Hier habe ich jetzt alles. Speichern, speichern, speichern. Kirche, Kirche, Kirche. Ja, hier konnte man mit Sicherheit speichern. Ihr seid, grüßt meine Kinder. Wie kann ich euch helfen? Speichern. So. Schnitt, Cut, Pause.